Hallo meine süßen... Coolen, lieben, süßen und verrückten. Coolen, süßen und verrückten. Meine Lieben, ich habe auf YouTube gesehen, dass es total im Trend ist, Adventskalender auszupacken. Und zwar noch vor der Weihnachtszeit. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich werde mir einfach Adventskalender raussuchen von denen, die ich im letzten Video hervorgestellt habe. Und habe mich dann für den... Groß! Einhorn Adventskalender entschieden. Und der ist wirklich mega groß. Da sollen 24 Überraschungen drin sein, die alle was mit Einhorn zu tun haben. Von Lebensmitteln bis Kosmetik bis Schmuck. Mama, kannst du denn die sehen? Ja, wir packen die jetzt zusammen aus, okay? Erst dann müssen wir die Folie hier abreißen. Okay, wollen wir... Du machst das erste Türchen. Warte, warte, ich muss die einsuchen. Hier ist die 1. Die Nummer 1 ist... Was ist das? Einhorn Regenbogen, Exoten Mix, Ananas, Mango, Papaya. Das sind getrocknete, kandierte Früchte. Wollen wir mal probieren? Du eins, ich eins. Und bei 3 machen wir gleichzeitig in den Mund. Auf die Plätze, fertig, los. Schmeckt dir das? Mir auch nicht. Das bräuchte ich eklig. Ja. Hä, wo ist denn die 2? Ach, sind ja 2 Seiten. Hier ist die 2. Schaffst du es? Und noch eins aufreißen hier. Yay, was zum Nachspülen. Capri Sun Fairy Drink. Mit einem Einhorn drauf. Das kennen wir ja schon, ne? Wollen wir das trinken jetzt? Einmal ich und einmal du. Darf ich den ersten Schluck nehmen? Ja. Ah, so viel Zucker. Der ist lecker, oder? Jetzt den anderen, der. Nein, Schatz, wir müssen nacheinander alle Türchen öffnen. Was kommt nach der 2? Ich weiß es gar nicht. Doch, zähle. 1, 2, 3. Siehst du, also, was kommt nach der 2? 3. Oh Mann. Au! Wow! Was ist das denn? Kaka? Kaka? Warte, ich gucke, was draufsteht. Oh nein, ehrlich, weißt du, was draufsteht? 1 Hornfortz. Kann man den mal probieren? Den 1 Hornfortz? Ja. Ich empfse, ich empfse. 1, 2, 3. Und, schmeckt es dir? Das sind Rosinen-Chaka. Das sind Schokorosinen. Also, Türchen 3, ein Hornfortz. Was kommt nach der 3? 1, 2, 3, 4. Hier ist hier. Was ist das? Was ist das denn? Müsli. Das ist kein Müsli. Einhornweihnacht. Erdnüsse rot dragiert. Probiert alles, was hier drin ist, ja? Ja, aber nur ein. Nur ein. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Die sind lecker. Ja, die sind lecker, ne? Was sagst du bis jetzt zum Kalender? Gut oder schlecht? Gut. Was kommt jetzt? Die 5. Die müssen wir wieder suchen. 9, 24. Ich hab die. Nee, Schatz, das ist die 18. Die sind ja auch noch Türchen am Rand. Ja. Das ist krass. Und hier auch noch. Ja, vorne an den Seiten, überall alles vor der Türchen. Das ist ja so ein geiler Kalender. Hier ist die 5. Hast du auch gesagt. Oh, was ist das denn? Das ist Duschgel. Ein Einhorn-Duschgel ist das. Oh. Mal schnuppern, wie der riecht. Ja. Nach? Erdbeeren, oder? Ja. Willst du das haben? Ja. Bitte, Mama. Kein Problem. Machen wir, ja? So. Was kommt nach der 5? Zähle. 1, 2, 3, 4, 5. Und was ist das? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, okay. Hier an der Seite ist die 6. Hier zum Wider. Die hat sich versteckt. Noch eine Capri-Sonne. Yay. Oh. Oh. Oh, warte. Oh, lecker. Oh, von Katjes. Die Einhorn-Gummibärchen. Jetzt kosten die das. 1, 2, 3. Lecker. Ohne tierische Gelantine. Meini findet das so lecker, die fällt gleich um. So, was kommt nach der 7? 8, 9, 10, 11, 13. Was hast du zuerst gesagt? 8. Ja, hier ist die 8. Oh. Unicorn. Ist das süß. Oh, guck mal, Lippenbalsam in Unicorn-Form. Aus Porzellan. Ist das süß. Das ist Lippenpflege, Schatz. Das riecht nach diesen Zuckerperlen, die man sich um den Hals bindet. Oh. Und jetzt? Jetzt kommt die 9. Die da. Die da. Oh. So wieder. Oh nein. Das haben wir doch schon geprobiert. Ja, Ananas, Mango, Baba, Zucker, Zitronensäure. Das sind wieder diese kandierten... Das probieren wir nicht mehr. Nein, das probieren wir nicht mehr. Das packen wir jetzt weg. Das kann die Mama nachher probieren. Ja. Äh, die Oma meine ich. Ich mach's schon. Ja. Was ist das? Das ist sie. Was ist das denn? Einhornchips. Das sind Kokoschips. Aber ich glaube, die nicht schmecken. Glaubst du, dass die nicht schmecken? Ja. Was sagst du? Ja, ehrlich? Dir schmeckt das? Geil. Und dir? Ich finde sowas auch lecker. Oh nein, jetzt hab ich die 20 schon aufgemacht. So, jetzt machen wir erst mal Mama. Such ich mal die 11, ja? Ja. Mach mal ruhig, Mama. Nein, zu mir ist die 11. Oh. Das ist die wirklich die Liebsten. Ehrlich? Trocknete Bananscheiben namens Einhorn Knusperzauber. So, jetzt die 12. Oh, wie cool. Da sind gleich zwei Produkte drin. Ich weiß gar nicht, ob das mit Absicht ist. Aber ich glaube, das sollte in der 18 sein, Schatz. Also pack mal das wieder rein. Das ist ja cool. Das sind Haargummis. Die sind cool, oder? Riley? Hier oben. Ich meine, Tür öffnen. Mhm. Wurscht. Einhornpippi. Einhornpippi. Apfelzinsstückchen. Ach, das ist ein Früchtetee. Apfelzins. Okay, das ist wieder cool, oder? Pipi. Das ist ein Tee. Einhornpippi. Das richtige Zimtstückchen sind da drin. Richtige Zimtstückchen. Hä? Da ist ja gar nichts drin. Oh, das ist verrutscht. Ah! Jetzt hast du schon die 20 geöffnete. Da! Das war bestimmt in der 14. Das ist verrutscht. Ja, das ist ein Notizblock mit Haftnotizen. Also etwas für die Mama. Was ist das? Ein Balsam. Das ist für mich, weil du hast hier eins. Okay. Okay. Okay, wir machen jetzt durcheinander, oder? Die 18. Boah! So viel. Einhorngummibärchen. Sollen wir die probieren? Ja, du darfst gerne eins probieren. Du sagst, wie die schmecken. Dann haben wir hier noch ein Einhorn-Handtuch, was mit Sicherheit in einem anderen Türchen sein sollte. Aber es ist verrutscht. So, die 24 heben wir uns zum Schluss auf. Jetzt machen wir noch die 21 auf. Oh! Oh, ein Schokoladen-Lolli. 22. Ach, siehst du, da hast du es rausgemobbt. Aus der 22, weil es so verrutscht ist. Hier ist die 15. Das sind so geile Sachen drin. Ich flippe hier gleich aus. Das ist Badeschaum. Das mag ich für meinen Liebsten. Die 24. Was haben wir denn noch? Was haben wir noch? Hier ist die 17 noch und die 16. Hier passt es. Schon wieder zwei Sachen. Und das? Einhorn-Leckerlis. Nüsse-Mischung mit weißer Schokolade. Oh, Meili. Die müssen wir probieren. Oh, ein Schlüsselanhänger mit Einhorn-Emoji. Probier mal. Schmeckt dir doch nicht? Ich bin so rot. Einhorn-Marshmallows. Probier mal die. Na, die brauchen wir jetzt nicht probieren, oder? Kann ja nicht alles aufreißen. Hier, die 23. Schon wieder? Einhorn-Stinky. Ja, Früchte-Nüsse-Mischung in weißer Schokolade. Möchte helfen. Okay, ich glaube, das sind wieder Schokorosinen. Kokoswürfel in Vollmilchschokolade. Jetzt öffnen wir das letzte Türchen. Und das ist die 24. Das wäre Heiligabend. Da muss ja wohl ein richtiger Special drin sein, hoffentlich. Hä? Oh, das ist verrutscht. Jetzt weiß ich nicht, was da drin war. Oh nein. Das ist verrutscht, Meili. Wo ist das? Na, das haben wir schon ausgepackt. Das wird irgendwas von den anderen Dingen gewesen sein, die wohl zwei Sachen drin waren. Was sagst du zum Kalender? Cool oder nicht cool? Cool! Wenn dir das Video gefallen ist, dann hittet den Daumen nach oben. Etwa so. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, meine Lieben, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und bis bald. Bis bald. Schick gemacht. Toll gemacht. Ganz toll. Ganz toll hast du das gemacht. Ganz toll. Tschüss. 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 Tschüss.